Unter größten Anstrengungen legt sie ihr einziges Ei. Es ist circa einen Meter lang und bis zu 70 Kilogramm schwer. Behutsam schaufelt sie Erde auf das Ei, um es warm zu halten und vor Nesträubern zu verstecken. Nun braucht es nur noch Wärme und Zeit. Unter der beschützenden Obhut der Mutter entsteht neues Leben. In den nächsten zwölf Wochen wird das Ei ständig bebrütet, um es auf einer konstanten Temperatur zu halten. Während dieser Zeit wird sie von den Bullen bewacht und mit Nahrung versorgt. Endlich ist es soweit. Das Junge schlüpft. Unter großer Anstrengung befreit es sich aus der massiven Schale. Ein kräftiges Männchen. Aufgeregt und noch etwas wackelig auf den Raupen, tapst das Junge über die zerfeuchte Erde und sucht sofort die Nähe der Mutter. Liebevoll bietet sie dem Kleinen Nahrung an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017